Hörst du das Ticken? Ticken. Hallo, du bist Lois, nehme ich an. Du wirst sehen, hier ist alles ziemlich anders. Das Haus ist ein überaus altes Gebäude. Da ist eine Uhr in den Wänden. Hörst du das Ticken? Wir wissen nicht, welchen Zweck sie erfüllt. Nur, dass er grauenvoll ist. Also, du hast Lois alles erzählt? Nicht alles. Schau dich ruhig um. Ist völlig ungefährlich. Das da ist ungefährlich? Solange man es füttert.